Hey Leute, ich habe heute ein paar Fragen an euch und zwar wegen gerade eben. Ich habe gerade eben ein Video gepostet und zwar da hatte ich einfach so ein komisches Schmetterling auf meinem Arm. Der ist aber drauf geflogen. Ich hatte... Es war so komisch, dieser Schmetterling. Wer kennt bitte diesen Schmetterling? Bitte sagt mir, was das für ein Schmetterling ist. Das war unfassbar für mich. Das war... Keine Ahnung, wie das war, aber ich bin immer noch so sehr geschockt. Was war das bitte für ein Schmetterling? Das ist unmöglich. Wie kann... Ich verstehe es nicht. Leute, und warum ist der einfach auf meine Hand geflogen? Das war... Und deshalb habe ich da auch Musik hinzugefügt. Aber Leute, das war einfach unfassbar. Der hat sich bewegt, aber er ist nicht weggeflogen. Nach einer Zeit dann schon. Bitte sagt mir, was das für einer war. Könnt ihr mir bitte helfen? Der sagt so anders aus. Wie alle anderen. Ganz anders. Das war es auch mit diesem kleinen Vlog. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Bye. Und ja, schreibt...